so hallo ich bin es wieder euer akadier news bericht der diesel und wir haben wir weißen neues im shop und zwar den ich muss kurz gucken einen moment ich muss mal ja ein moment geht gleich los jetzt hier neu im shop was war das noch mal einen moment ja rebellisches punkt outfit hier beim webshop in akadier webshop ja könnt ihr gucken ich werde es dann hier mal wieder einblenden diesem wunderschönen bild es ist rot es hat leder am bein nein quatsch was war das noch mal nicht leder am bein quatsch natürlich nicht es ist ein gürtel am bein eine kette am hals und ein hunde halsband so das war es jetzt für diese news wir sehen uns dann in den nächsten news ciao so auch so bevor ich es vergeht ich vergesse rebellische outfit punkt für männliche charakteren nicht für weibliche charaktere tut mir leid für die damen und daran es ist nur ein männlicher outfit sieht aus wie assassins greed denkt ihr auch ich denke mal schon na klar was könnte ich noch dazu sagen es ist rot es ist wunderschön es hat eine kapuze als bei neuen ende ja und das war es jetzt wieder ja ja merch kann ich dazu nichts sagen nur das ist im webshop erhältlicher ist so dann sage ich mal ciao so ach nein falsche tasten du DIY wie war das noch mal ach ja so Tschüss